Für eine gute Luftqualität in den Schulen und um Viren und Schadstoffe aus der Luft zu filtern, schafft das Land Niederösterreich Luftfilter für die Schulen an. Die Initiative der Lufthygiene ging von der FPÖ Niederösterreich aus. Einen großen Erfolg konnte der österreichische Bauernbund in Amerika erreichen. Überraschend bekamen die Österreicher für ihre Werbekampagne den ersten Preis für beste Werbung aus dem Ausland. Im Bezirk Amstetten wurde das Hotel Kotmühle im Gemeindegebiet von Neuhofen als erstes Vier-Sterne-Hotel des Mostviertels gekürt. Hervorragende Ausstattung, Küche und Services haben diesem Seminarhotel zur Auszeichnung verholfen. 90 Prozent der Inlandstransporterstrecken bei LKWs sind kürzer als 150 Kilometer. Damit wird der Umstieg auf Elektromotormodelle bei LKWs auch für größere Gewichtsklassen möglich und wahrscheinlich. Weidhofen und Ipsitz kooperieren in Zukunft bei der Wasserversorgung. Für die gemeinsame Anlage am Arzberg und Schwarzenberg wurde nun mit dem Spatenstich der erste Schritt gemacht.